Musik Die Besonderheit an diesem Objekt ist, dass es um einen Hochpunkt gehandelt mit einem aufgebauten Dach. Und in diese Dachhaut ist das Feuer reingeschlagen und es ist ein Schwelebrand frisch in die Dachhaut. Und da versuchen wir jetzt an die Geütenester ranzukommen und abzulöschen. Die Dachhaut ist das Feuer reingeschlagen und abzulöschen. Die Dachhaut ist das Feuer reingeschlagen und abzulöschen.